Ja, seid ihr, seid ihr schön gemacht? Ich werde sich jetzt so verkacken, die Aufnahme. Okay, dann sag ich gar nicht erst hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von BASCHWORS. Alter, du bist so ein Retard. Nein, dabei ist natürlich der Adrien, das heißt natürlich, eigentlich mag ich den nicht, der ist halt gerade Mittel zum Zweck. Nein, das bleibt jetzt so, Alter. Du hast es verkackt. Das ist, ja, das ist ganz und ganz jetzt deins. Also. Unlucky days. Der, nee, du bist einfach nur Unlucky. Nein. Doch, der Adrien ist da, der Alex ist da, der Alex hat heute Geburtstag. Alles Gute. Und, ja, ich bin natürlich da, ne. Der Zerro-Sugar ist da, der Zocki, nee, Zerrox ist da. Und der Zocki kommt gleich wahrscheinlich auch noch, oder? Ähm, nee. Alles klar, okay. Da hat kein Bock. Und heute, wir haben ja, nee, genau. Ich glaube, gestern kam die Folge, wo ich meinen Rex verloren habe gegen die Enchanter. Und davor am Tag kam der Raid, wo wieder Enchanter geradet. Nein, wir es verkackt haben, die zu raiden. Und jetzt haben wir nochmal schwerere Monturen, äh, aufgefahren. Wolltest du den Rex nicht auf Follow haben. Und? Ach, scheiße. Wir stehen genau kacke. Möchtest du den Rex auf Follow nehmen, den anderen, oder soll ich den nehmen? Da hab ich mir jetzt wieder wieder auf den Arsch, das Rex kleinten. Danke sehr. Ne, genau. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir laufen jetzt zum Adrian. Der baut versteckt geheim. Da treffen wir uns dann mit allen, übergeben noch so ein paar Spinotskis und so. Und dann machen wir uns auf die Socken. Wir haben natürlich auch wieder Granaten dabei. Ich hab nochmal 36. Ich hab ganz viel Essen dabei. Das ist ganz, ganz wichtig. Bären fallen. Und, ja. Ja. What? Zum Beispiel kann man jetzt schön Pimmel rufen und es juckt keinen. Alter, nein, genau jetzt. Das war scheiße, weil gerade ist ein Saber von uns durch Kamikaze gestorben. Nein. Doch. Hey, das war der Lowes Saber, Alter. Der stand doch noch an der Base, oder nicht? Nein, der war... Hier steht bestimmt, der bei uns hier rumsteht. Dann geh mal gucken, Alter. Ja, warte. Das war doch der Erkrankungsstätte, den du einfach vom Berg fallen gelassen hast. Hä? Wann hab ich den vom Berg fallen gelassen? Da, wo wir doch den Dyerberg geholt haben. Achso. Der ist hier schon am Vulkan. Also, wir sollten hier bleiben. Okay, wir bleiben hier. Wir deffen jetzt. Ähm, mein Rex hat einen Fall im Bein stecken. Ja, lass uns die Rexe abholen. Äh, die Spiders abholen gehen. Äh, headholt uns das Rex. Oh, ruhig nach. Jo. Paraceratherium, ähm... Was drinne? Ballert gleich, warte. Lass ihn einfach kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Ja, keine Ahnung. Äh, der... Das Ding ist halt, die haben eine Allianz. Und der Kamikaze hat jetzt einen Sabertooth, der hier stand, gekillt. Und jetzt auf einmal taucht von den Enchantern ein Rex hier auf. Das ist halt alles irgendwie nicht ganz so legit, ne? Da ist wir ja... Was machen wir jetzt? Ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde stehen, Alter. Aber ich will auch nicht gehen, unbedingt. Äh. Sind oben bei uns. What? Wie geht das? Ach, wahrscheinlich Grapplinghooks, ne? Okay, wir haben ein Problem. Also, wenn es geht, müsstet ihr zu uns kommen. Ja, wir holen die Spinoskorts. Ähm. Alpharex. Alpharex, umdrehen, umdrehen. Ich geh zu Fuß kurz hoch. Lol, leck. Okay, geht. Versuch mit Granaten und Bärenfallen irgendwas zu machen. Wenn das nicht geht... Warte mal, warte mal. Ich fände es jetzt am sinnvollsten, den machen zu lassen. In der Base ist halt echt nichts mehr. Und wir machen es jetzt einfach los zu Dingens. Enchant Hand. Zu denen? Ja. Das ist zwar Kamikaze. Ja, also meine Base ist halt leer. Ich hab die... Wenn ich hier bleib, dann ist das Risiko, dass ich was verliere, größer. Weil ich halt 36 Granaten unter anderem mit dabei hab, ne? Ja. Ja, willst du den Rex auch solo nehmen? Und wir düsen? Ich glaub auch, dass mein Paracetarium down gehen wird. Ich glaub generell, dass wir... Dass wir losen. Das glaub ich auch. Aber wir werden trotzdem Schaden anrichten. Alter, es geht um Spaß. Macht halt Bock. Ey, ich glaub, das machen wir mit dem Ganzen. Ähm. Ja. Das wär's. Ja. Gehst du kurz vor mit den Rexen? Ich mach dir Platz. Ja. Kannst du den grabben? Ey, der Lost Hope, der denkt echt, der wäre der Boss, oder? Ja. Ja, irgendwie schon, so, ne? Baut der in der Cave, hat mal wer geguckt? Ja, unter Wasser Cave, werd ich mit dir. Oh, der Rex ist gar nicht so low, ne? Aber der ist da nicht an Raidbar. Absolut nicht. Ja, Wasser Cave? Absolut nicht. Ist schon. Vor allem, wenn's keine Tyrells gibt. Okay, das stimmt. Das, äh, sechs- oder achtfacher Sammage, ne? Eine Granate. Ja. Ne, in den Wasserhöhlen nicht. Wasserhöhlen zählen nicht. Das zählt zur... Okay, doch, doch. Also der... Leute, der Hetix, also Marius, der hat nämlich in der letzten... Da warst du doch dabei. Zero. Ja. Wo ihr da in eurer Diarche gebaut hattet. Da meinte der, dass das nicht als Höhle zählt, dass er geguckt hat. Ich hab keine Ahnung, ich war bei dem Test nicht dabei. Hat er gesagt. Gucken, wir sind übrigens jetzt am Fluss ganz weit, wir sind fast da. Ähm, der hat unseren Zuchtbullen gekillt, ne? Ja. Da war aber noch ein Rex. Da war ein Level... Der andere, der, der als erstes als Zuchtbulle gedacht war, die haben ziemlich ähnliche Stats gehabt. Der hatte 200 mehr Leben, der andere nur. Also den, den er gekillt hat. Hat der den auch getötet? Nein. Hat er nicht, ne? Warum nicht? Weiß ich nicht. Der hat, ähm, Diabier gekillt und den ersten Zuchtbullen. Ja. Er wollte nur treuen. Ja, der wollte wahrscheinlich, ja. Ja. Aber wir sind jetzt gleich durch die Schlucht. Ja, wenn es... Die machen hier keine Ahnung was. Die bauen hier Felsen, abspringen dort oben. Die haben hier richtig Bock. Die haben hier richtig Bock. Weil das Ding ist, ich werde das Viech ganz bestimmt nicht gleich noch zurückbringen. Alles klar, dann muss es wohl sterben, ja. Nö, das stelle ich dann, wenn das überlebt, äh, in deren Eingang. Die Pflanzen haben geballert. Die Pflanzen haben geballert. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Am Strand ist irgendeiner. Die ballern. Ja, ja, die ballern gerade gut. Wo ist er denn? Am Strand. Am Strand oder wo? Ja, aber wo? Ich sehe ihn nicht. Und mit was? Ja, ich weiß doch nicht, wo er ist. Ich würde... Ach, dahin ballern die. Wo denn? Was denn? Wer denn? Ach, der ist im Wasser, ne? Der ist im Wasser. Ja, der ist im Wasser. Deswegen soll es gerade auslaufen. Ist er schon tot? Ne. Weiß ich nicht. Ist er nicht. Nein, ich würde ihn gerne töten, Alter. Das ist doch safe einer von denen. Der kriecht da mit Scuba Gear. Es gibt Scuba Gear. Ja, wissen Sie dann jetzt auch schon. Ach lol, ne. Das ist so ein kleines Viech. Ich dachte, das wäre ein Spieler. Ich weiß auch nicht, wo ihr seid. Also wir müssten eigentlich genau das... Ach, da hinten. Da kommt man hier ran. Ich will nicht nach da hinten laufen und dann wieder hierhin zurück. Das ist mit dem Ding echt eine Qual. Wo sind die denn? Vor uns welcher Rex? Ist hier kein? Wo uns ist ein Rex? Genau vor deiner Fresse jetzt. Und er schießt. Ja, dann machen wir den einfach platt hier, oder? Der ist auf. Das sind zwei Rexe. Wo bist du, Alex? Dann kommt mal hier. Hier sind gerade zwei Rexe. Nein, meine Pflanzen ballern nicht mehr. Warte, warte, warte. Dann machen wir einfach hier platt, was man platt machen kann. Das ist einer von denen. Von wen? Von ZCC. Ne, mit ZCC haben wir eine Allianz. Das kann irgendwie nicht sein. Der ballert hier auf beide. Ich bin Stuckmach. So. Ich würde sagen, der Angriff ist eingeleitet, oder? Okay, der eine Rex, der sieht aus, als würde er gefollowed werden. Oder so. Okay, lag. Jo. Kleiner, knackiger Lag. So geht's gut. Der Rex hier, was ist denn da für ein Rex? Ja, ich weiß, hier sind zwei. Guck mal, hier ist noch einer. Da ist ein Spieler, da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Kommt mal her, zu mir. Hinter mir, hinterm Feld ist ein Spieler. Ich habe ihn abgeballert. Ja, hier ist auch ein Rex, der will auf den. Okay, der Spieler frisst. Der Spieler frisst, der frisst. Ich treffe Spieler und Rex. Ich treffe Spieler und Rex. Der, jetzt ist er auf der anderen Seite vom Felsen, Leute. Genau, mit dem Spino rechts um die Ecke. Rechts um die Ecke, wer ist auf dem Spino? Ich bin das, ich bin das. Rechts um die Ecke, vorm Rex, steht da. Hört mal auf, irgendwo reinzubeißen, das ist Laber. Du greifst mich an. Ich? Ich greif gar nichts an. Das ist ein Bett, Parra. Ja, stimmt. Ey, warte, warte, warte. Das ist ein Laber. Der ist nicht im Tribe. Ach, lol. Ihr müsst ihn einladen. Warum sagt denn keiner wat? Haben wir, aber du. Ja, die schreiben alle. Die schreiben alle. Ja, okay. Sorry. Ja, weil alle sagen, da ist ein Rex und dann bla 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 und keine Ahnung. Genau, warte mal, mit dem anderen Rex, mit unserem zweiten Rex Dingens. Zero, sollen wir uns hier Schlafsäcke hinsetzen und den Rex hier stehen lassen? Können wir machen. Genau, komm. Fast. Wo hast du den gesetzt? Einfach hinter irgendeinem Stein. So, okay, go, 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 einfach. Jetzt geht's los. Alter, ich bin excited. Spannende Musik, up, go. Das klappt immer, das sind immer die besten Überleitungen. So. Und ich komm nicht durch. Ja, ich seh nicht. Ich seh nicht, ich komm nicht durch. Ich muss hier grad einfach rumstampen. Sorry, sorry. So, ist das unser Rex hier? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier komm ich durch, hier komm ich durch. Alles noch cool. Ich hab grad, ich krieg Damage. Ich hab grad Schaden gekriegt. Ist irgendjemand nicht? Ah, okay. Alles gut. So, hier müssen wir weiter, ne? Okay, jetzt am besten alle Kriegsgeschrei. Nein. Am besten nicht mehr, nicht mehr reden. Okay, möchte einer vor, oder? Ich bin koncentrated und ich bin recht weit hinten. Also, ich hab mal hier weg. Oh, die kommen mit, da sind, ach nee, es sind Patrouille-Rexe. Genau, einmal die Bäume wegmachen. Ich würd gern noch ein Stück zurück eigentlich. Ich stampf auch mal mit. So, kommt. Machen wir alles platt. Alter, ich seh nichts. Es ist... So. Was? Wo bin ich denn jetzt mit der Kamera? Ah, hier. Ich bin auch... Ich bin innen hier drin gerade. Du musst jetzt manchmal rechts laufen. Ich lauf zurück. Warte. Na, wir müssen jetzt hier aufsprengen. Ja. Okay, Abstand, 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 Abstand. Okay, ich hau drauf, ja. Jo, die sitzen. Die sitzen sogar wie ne Eins, Junge. Höchstwahrscheinlich, ich hab die Rechse hier rausgerannt. Ist doch okay. Ja, der Fahrer... Da müssen aber Leute am Fahrer vorbei, dass der Fahrer nicht gleich stirbt. Ja, ich bin da, damit reicht. Die haben ja eh dann erstmal noch Back, die Rechse. So, reicht. Perfekt. Perfekt. Achtung, da sind noch Granaten. Achtung, Achtung. So, und go. Go, 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 go. Er will, bleib mal stehen mit dem Fahrer. Go, 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 go. Ich seh halt nichts. Warte, ich will nur schon mal rein. Ich bin stuck. Warte, ich geh auch rückwärts raus. Ich lauf raus. Ey, ich bin wieder. So, okay, Ballad. Alles gut, alles gut. Jetzt hier hinstellen. Sehr schön, Jungens. Attacke. Yeah. Okay, das wird entweder ein übelster Fail und wir losen einfach alles, wofür wir hier gefarmt haben. Oder das wird die richtige Rasur. Okay, erster Rex down. Da ballern, Alter. Die Pflanzen, die machen hier, ne? Guten Job. Ja, ich guck das. Ich guck einfach auf mein Positioning. Ich guck einfach auf mein Positioning. Einfach töten, Jungs. Nicht stehen bleiben. Töten, 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 töten. Wir müssen halt so viel, wir müssen so viel wegrasieren, bevor die, bevor die es abholen können. Ich, ich mach mein Positioning immer so ein bisschen, dass ich in der Mitte bin. Nach links, nach links rum. Lass doch erstmal hier die Viecher in Ruhe. Ömmeln. Oder da hinten ist ein weißer Rex. Sollen wir den? Lass uns da hinten den weißen Rex wegballern, oder? Ja, lauf aber ganz links hier am, am Stein lang. Alter, ich bin gestand von den Pflanzen. Ich komm nicht. Und jetzt, nein, 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 ich wette. Okay, hier sind, hier sind zwei weiße Rexe, die müssten mal hier weggehen. Äh, Entschuldigung, einmal aus mir raus, bitte. Ich komm nicht weg. Danke sehr. Die Rexe sind richtig low. 29er Rexe. Ja, das sind die, die sich, die sich einfach an Land ziehen. Aber warte mal, bis die ihre... Wir gehen links rum, links rum, links rum. Einfach, komm, jetzt machen wir es einfach. Links rum. So. Jetzt wissen sie es eh. Also, wenn sie jetzt noch nicht mitbekommen haben, dass wir die Base raiden, dann weiß ich auch nicht. Ja, die Pflanzen verteilen, aber gut. Bats, 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 bats. Haben sie dich getroffen? Ja. Dann, weil du den, weil du im Weg warst, wahrscheinlich. Ja, wohl. Passt schon. Sehr gut. So, da vorne ist der nächste Rex. Ach, oh shit, pass auf, da ist ein Spino. Pass auf, Spino, du wirst beballert von den, äh, Planspätes X von denen. Deswegen ja ganz links rum. Wir müssen wirklich, wir müssen wirklich ganz, 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 ganz links rum. So links rum, wie es geht, hier oben über die Klippe. Oh, yes, ist halt da. Bist du, bist du der mit dem Spino vorne? Ja, das bin ich, das bin ich. Meine Pflanzen ballern? Genau, bleib so, bleib so, perfekt, dann treffen wir beides. Warte, ich muss nach vorne, vorne gehen. Du kriegst, du kriegst Besuch. Ja, ist gut. Okay, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Ich weiß nicht, ob einer von denen noch on ist, ist es mir aber auch gerade ehrlich gesagt egal. Würde mich aber wundern, wenn nicht, oder? Ja, der German Boy ist on. Oh, er war bei uns. Der German Boy, ja, das ist Pech. Die Rechse, die müssen jetzt hier links die Pflanzen abbeißen. Okay, alle Rechse jetzt hier links die Turrets abbeißen, die auf uns ballern. Alle vor, gleichzeitig. Dann haben wir nicht so ein hartes Knockback. Alle, 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 zack, zack, zack. Einfach hin, einfach hin und ballern. Los, Rechse ran. Rechts an die Pflanzen, Turrets. An die Pflanzen, Turrets, rechts. Ja, ich tank auch mit. Ja, ich backe nur rum. Ist alles in Ordnung, du bist ja geslowt. Nice, eine down. Einer von unseren Rechse ist gestorben. Macht nix. Ja, das war mir schon klar bei dem Movement. Mach die Pflanze down und dann zieh dich zurück, weil da kommt die ganze Armade. Okay, jetzt ein Stück zurück am besten. Ja, mich nicht blocken. Ja, ich versuch's, ich geh zurück. Simon, du müsstest da eben ein Stück weg. Ja, ich geh langsam zurück, Moment. Ich kann nämlich nicht nach vorn sind, dann werde ich sofort abgeballert. Ja, du musst nach hinten gehen. Warte mal, ich muss kurz force feeden. Bisschen passiert. Oh, shit, Alter. So. Oh, da wird ein Rex gut beballert von der Seite. Da sollten wir gar nicht hin. Wie machen wir es jetzt? Wie wollen wir die Rechse töten? Die, die, ähm... Du müsstest dich mit dem Paraseer weit weg vom Tor stellen, dann das Tor aufsprengen und die Rauch aufsprengen. Okay, Leute, ich mach jetzt mit der Ballista ein bisschen Action. Warte, kurz, ich force... Und Action! Du kannst sie nicht treffen durch die Wand. Ich schieß nicht durch die Wand, ich schieß oben drauf. Warte, ich force feeden noch, dann kannst du weitergehen, Moment. Warte, 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 warte. Okay, ich würde das Tor aufsprengen wahrscheinlich als nächstes. So, Simon. Ähm, ja, geh mit dem Paracell nach hinten. Ja, so. Die Rechse, die, die soll ein bisschen weggehen. Rechse ein Stück zurück, ich spreng jetzt auf. Und dann kommt diese Sippschaft raus. Und dann kommt die ganze Sippschaft raus, Zitat von Adrian. Und die müssen wir dann fertig machen. Ähm, bin ich. Die soll nicht rein... Aber nicht... Leute, nicht reinrennen. Nicht reinrennen, nicht reinrennen. Das ist dann finito. Die Rechse sollen rauskommen. Aber hardcore finito. Du betrifst dich ganz ein bisschen, weil... Die letzte war gut, die war gut. Die letzte war perfekt, oder? Die war doch genau an der Schneise. Ja, riesengut. Okay, nice. Ein reiterloser Rech stirbt da hinten gerade. Nice, nice, nice. Pflanzen ballern. Die Pflanzen ballern. Ist offen. Ja, offen. Okay, lass sie rauskommen, rauskommen, lass hin. Lass die Pflanzen da ruhig. Angreifen, genau. Es wird Nacht, ich sehe gleich nichts mehr. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Er ist direkt draußen. Ich hab halt... Einen Schritt zurück, Jungs. Einen Schritt zurück. Ich treffe halt... Ich treffe halt euch auch teilweise damit, ne? Ja, deswegen sollen die ja nicht da reinrennen. Und sie kommen lassen. Lasst sie kommen, kommen lassen. Ich denke mal, das gibt ein Rache-Raid. Ja, weil du im Weg stehst und die Pflanzen was anderes abschießen wollen. Und dann die eigenen Dinos treffen. Deine Pflanzen schießt aber nur auf den eingeordneten Politikers. Okay, wir gehen mal vor. Ich sehe nämlich echt fast nichts mehr. Oh, jetzt kriege ich von den Pflanzen. Jetzt kriege ich von den Pflanzen. Jetzt kriege ich von den Pflanzen. Ich könnte versuchen, die Pflanzen mit der Ballista abzuballern. Jetzt, wo ich noch was sehe. Klappt das? Danke. Klappt, ja, aber ich... Das ist halt übel weit. Kann und sie... Hat einer den Schuss gesehen? Auf die Pflanze da hinten im... Nö. Ey, ich hab... Ich kann's dir nicht sagen. Das war definitiv daneben. Der hat so dicker Russiert hier nervt. Der schluckt dein... Ja, ich merk's, ich merk's. Da hinten die Pflanzen will ich treffen, aber das... Schieß mal nochmal. Warte mal, dann kommt nochmal ein Rex raus. Dann kommt nochmal ein Rex raus jetzt. Okay, dann machen wir die Pflanzen gleich. Mach den Rex. Dann tankt einer und... Oder wir rennen einfach alle da rein und... Machen die Pflanzen. Scheiß ist nur, dass ich halt nichts mehr sehe, außer die Pflanzen. Ja, schieß mal auf die Pflanze, die jetzt schießt, weil die sehe ich. Oh, fuck. Ich kassier, ob man... Fuck, wir gerade müssen ein bisschen wegkennen. Ich auch. Warum ballert die Pflanze denn jetzt auf einmal auf mich? Ich bin... Ich geh doch immer weiter weg. Lass mal einfach an. Oh, die Hexe hier, die... Die stören noch. Wo sind sie denn? Ich seh nix. Warte mal, ich schieße nicht immer raus. Hey, jetzt schießt das Ding wieder auf mich. Da steht irgendeiner so. Ey, das kann doch nicht sein. Warum ballert das Ding aber weiter auf mich? Und ich seh nichts. Och, scheiße. Warte mal, ich bin da links. Alter, das Ding, das kann doch nicht die Reichweite einfach zwischendurch ändern. Jetzt häng ich, jetzt schieß. Ich bin viel zu weit weg, ich treff's nicht. Ich kann einfach kaum, kaum laufen, Alter. Okay, jetzt. Ich kann kaum was sehen. Hier, diese Pflanze, die da einfach stehen. Loil, was? Was hast du getan? Das Server lag und du bist einfach reingelaufen. Ja, das war keine Absicht. Warte mal, ich muss ein Stückchen weg. So, jetzt kann ich's nochmal versuchen, aber ich hab halt null Ahnung, wie die Dinger fliegen. Ich schieße einfach mal ein paar. Warte, schießt du auf die, die schießen? Ich schieße auf die im Tor drin, hinterm Tor. Die auf die beiden Rexe auf den weißen Ballern. Ja, nicht die zwei links. Ich schieße auf das im Tor. Die hier links, die müssen weg. Rechts vorm Haus, davor. Ja, hab sie down, glaub ich. Nee, doch nicht. Nee, ich kann nichts. Ich kann's euch echt nicht sagen. Könnt die Rexe da draußen nicht schießen, ne? Oder wolltet die, äh, Pflanze... Dieses Seat da links, die müssen weg. Ganz links, die, oder die im... Ach, da, okay. Ich komm nicht durch. Ich hab wieder richtig... Ich komm nicht durch, ich komm nicht durch. So, jetzt nochmal tanken. Tanken bitte, tanken, da kann ich schießen. Ja, ich steh voll drin. Okay, ich versuch's. Kann... Sieht einer die Schuss? Ach, der Pflanze, glaub ich nicht, war voll drin. Die Dinger hier werden doch nicht weggeballert. Ja, der weiße Rex hier, der blockiert sich voll. Find's nicht, wir stehen neben dem Paracel. Dann müssen wir, dann müssen wir ranstürmen und die Pflanzen so töten. Ich schmeiß deine Granaten hoch. Von uns. Nee, die ballern die Pflanzen doch auch ab. Nee, nee, Pflanzen schießen sowas nicht ab. Doch. Haben alle beim letzten Raid feststellen müssen. 35 Granaten am Arsch, weil die die abgewallert haben. Du musst jetzt kurz... Ja. Wir könnten... Wir könnten... Wir könnten einen Rex-Wiki da hinstellen. Wir müssen die Pflanzen einfach... Wir müssen jetzt einfach ranstürmen. Wer tankt denn da die ganze Zeit damage? Ja, nimmst die Pflanzen. Nee, ich hielt, aber ich... Ich hielt dagegen. Ich forcefeet mich gerade an. Mal nochmal hoch. Okay, wir müssen links, ganz links an der Mauer, müssen gleich alle hinrennen und die Pflanzen zerstören. Ganz, 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 ganz links. Am Felsen. Ihr wisst, glaube ich, wo wir gerade auch getankt haben. Guck mal, hier, hier, links von der Base. Ja, aber sag ich doch gerade die ganze Zeit. Ja, genau, genau. Hier, wo ich mich jetzt hinbewege langsam. Da, wo das... Ja, genau. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Okay, dann ready, steady, go. Einfach alle drauf, alle drauf. Ich tank mit. Du bist näher dran als alle anderen. Ja, ich weiß. Ich tank nämlich jetzt. Nee, ich portet die ganze Zeit weg wieder. Ja, das ist komplett so stark, das ist. Als ob ich wo ranrennen würde. Kommt doch, kommt der Spino vorbei? Fuck nee, okay, ran. Ja, ich kann mal bei's am Rektor rein. Ja, ich... Oh, lol, wie ist denn der Rektor durchgekommen? Der hat sich da voll durchgequetscht. Ich tank ein auf jeden Fall, das ist gut. Ja, dann geh ich auf den Rex jetzt. Übelst aufgeteilt. Es ist zwar gerade übelst dunkel, das ist schade. What? Aber... So, und ich hab schon... Ich hab schon gerade eben im Chat gelesen von that German boy. Was soll das oder so, ne? Hashtag unsportlich. Alles klar. Alles klar. Weißt du was? So, meine... Jetzt können wir rein und die paar Rechse kaputt machen und die Rechse hier töten. Neue Anweisung, jetzt rein und Rechse töten, die da noch stehen. Geh mal vor mit den Fähnen. Wartet, wartet kurz, dann können alle einmal Force feeden, einmal wieder hochhealen, wenn jemand muss. Warten wir noch ein, zwei Minuten. Geh mal, die Rechse da nicht tot, irgendwie? Wie der doch durch reinrennen und töten. Ja, ich weiß. Wenn ich da gleich draufstehe, dann ballern die Pflanzen da nicht mehr drauf. Ne, wir müssen vorher die Pflanzen geradeaus da drin wegballern. Die sind... Ich seh halt da drin nichts mehr, ne? Ich kann nichts erkennen, absolut nicht. Warte mal, wie, wie glauben wir denn, kurz vor eins, ja, in-game. Also ich seh hier so die Rechse und so noch, aber ich seh da drin nichts mehr leider. Also... Ah, Rechse ist Panos tot? Okay, das war ein... Okay, wie... Geht der jetzt rein? Ja, auf... Na, nehm... Auf diese Pflanzen... Okay, auf die Turrets, jetzt alle auf die Turrets, die noch drinnen stehen. Da stehen noch Turrets. Direkt dann... Nicht erst Turrets, dann Rechse. Die sind halt hier, hier links gleich, ne? Achso, okay, dann doch auf die Rechse, sorry, falsche Anweisung. Wir müssen da rein jetzt. Alle rein, alle rein, einfach quetschen. Ja, ich bin in der nächsten Sinne, ich kann mich nicht bewegen. Neue Anweisung, alle geordnet rein. Ich kann mich nicht bewegen hier mit dem Spino. Ja, das kommen wir dann alle auf, wenn die durch ne Tür wollen. Okay, ich bin dran. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, Vater. Und ich... Und ich... Bin hier richtig am strugglen, weil ich nicht seh und nur seh, wie meine Pflanze auf das Ding da ballert. Alter. Alter. Warte mal, warte mal. Ich geh von hinten mit Pflanzen hin. Ich geh mit Pflanzen hin. Oh yes, die kriegen Pflanzen bereit, seite, alter, die Rechse. Ich geh mit Pflanzen hin.